Sopranistin Edita Gruberova ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Sopranistin Edita Gruberova ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie über die Managementagentur der Künstlerin mit. Demnach starb die aus der Slowakei stammende Opernsängerin in Zürich. Sie trat jahrzehntelang in den großen europäischen Opernhäusern auf. Vor gut einem Jahr beendete sie ihre Karriere.